moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge polybridge und zwar machen wir weiter in der zweiten welt im zwölften level von 16 ich hoffe wir schaffen es heute in die dritte welt zu kommen das wäre sehr sehr nice und zwar geht es hier los mit dem level schwung und hier haben wir glaube ich ein buggy der muss hier unten hin mal gucken so ach der ist ja langsam okay ja dann bauen wir mal eine brücke hin aber wenn man noch ein paar schossen ich glaube das funktioniert hier noch natürlich und dann holz so wieder unsere dreiecke so und jetzt hier auch noch dreiecke dazu die aber richtig machen genau so und so mal gucken ob das überhaupt hält äh ne ok gut dann machen wir hier noch mit und auch hier noch dreiecke hin jetzt auf jeden fall hält ich hoffe das hält jetzt kritisch so 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 ein bisschen schneller perfekt und zum nächsten level so verdichtet okay so der muss hier rüber und der muss darüber und beide müssen das einnehmen okay so machen wir so dann ich glaube so jetzt aufhören und dann den anderen so aufhören und jetzt doch einfach nur verbinden oder nicht so ne perfekt und weiter zum nächsten level runter und hoch okay also wir haben die müssen hier rüber okay ich glaube das sollte gehen also es bricht hier zusammen ab geht es auch ne es geht nicht was das denn so hält es okay sehr schön ja und zur nächsten brücke und zwar lastenverteilung okay das heißt die beiden müssen dann darüber und dann darüber und dann darüber okay gut dann machen wir einfach mal so das funktioniert schon so dann hier wieder unsere dreiecke hin ah ne der fällt runter okay dann machen wir noch so eins hin er schafft es auf jeden fall der muss halt der muss halt da runter genau das ist genau das problem genau das ist das problem so naja ne jetzt ist jetzt zu oh man so dann mache ich noch hier wieder hin so ah ja guck perfekt ja wir haben es geschafft let's go auch wenn der auf dem boden liegt und zunächst blinder passagier okay ah der fährt hier rüber und dann fährt er da hoch okay das ist ja hoffentlich nicht so schwer ach das das nervt wieder so 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 genau genau dankeschön bam bam und hier noch metallverschrebungen und jetzt ähm dreiecke perfekt so hält es überhaupt schon mal naja kritisch hier ist kritisch habe ich mir fast schon gedacht sehr kritisch wird gerne machen wir so eine tolle unterkonstruktion hin die wir hier dran halten mal gucken ob das hier auch funktioniert naja das hält jetzt besser okay genau und dann fährt er zurück und dann okay ach man das gibt es doch nicht ach schade dann machen wir einfach warte was einfach so und dann so ich glaube so funktioniert es ah ah vielleicht kriegen wir hier dadurch einen besseren Winkel hin mal gucken ja perfekt und geschafft so wir sind jetzt am ende von der level 2 er welt hier angekommen und da machen wir jetzt schluss und ciao Och ja also